hi schön dass ihr wieder dabei seid heute ein review zum kleinen schwarzen und ich bräuchte eure hilfe und zwar was passt am besten dazu die haltlosen strümpfe von der firma ballerina secret also die packung hat sich überlegt ich hoffe die strümpfe schon und die von der firma falke und auf die bin ich schon so neugierig also bleibt mir nichts anderes übrig ich fange mit diesen an und jetzt gehe ich mich umziehen bis gleich das ging jetzt aber schnell jetzt trage ich die haltlosen strümpfe von ballerina secret mit schwarz blauen muster an der fußspitze haben sie eine leichte verstärkung und sie fühlen sich richtig toll an und sehen dazu auch gut aus und jetzt zeige ich euch das outfit im stehen ein Das war's. Das waren jetzt echt auffällige, haltlose Strümpfe. Und jetzt kommen wir zu den Falke, haltlosen Strümpfen, die ein bisschen dezenter sind. Jetzt trage ich die haltlosen Strümpfe von der Firma Falke, viel dezenter als die von Ballerina Secret. Und das Schöne an diesen haltlosen Strümpfen ist der Abschluss. Der ist nämlich in Schwarz. Sieht das nicht schön aus? Und die haltlosen Strümpfe haben keinerlei Verstärkung an der Fußspitze. Das Großartige an Falke ist, die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben. Und jetzt würde ich sagen, ich zeige euch das Outfit im Stehen. Und jetzt würde ich sagen, ich zeige euch das Outfit im Stehen. Und jetzt schreibt mir bitte in die Kommentare, was passt besser zu dem kleinen Schwarzen? Das Gemusterte oder das Dezente? Und wenn ihr das Review ohne dem kleinen Schwarzen sehen wollt, dann besucht mich bei OnlyFans. Der Link ist da unten. Ich würde mich freuen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.